Zwei-, dreimal schnippst du Schnab-Schnäbelchen ab und dann siehst du toll aus! Fällt off, Watson! Jetzt! Also eine grundlegende Veränderung von meinem ganzen Leben solltest du herbringen. Völlig neuer Typ, aber im Fall höchstens die Spitze, so ein Mini-Millimeter. Hör jetzt mal zuerst, eine Typ-Veränderung würde ich dir auch voll vorschlagen, nämlich eine Typ-Veränderung zu einem Typ, der nicht am Graffer sagt, er soll seine Haare nicht schneiden. Denn wenn ich nämlich deine Haare schneide, dann sind sie dann auch kürzig. Das ist der Sinn von zum Graffer zu gehen. Es wäre mega cool, wenn ich im Gesicht aussehen könnte wie Leonardo DiCaprio und dann eine Mischung aus Brad Pitt und Angelina Jolie von der Frisur her. Du bist grausig und Leonardo DiCaprio ist hübsch. Wie soll ich jetzt als Graffer an diesem Fakt etwas ändern? Und hey, könntest du vielleicht die Frisur gratis machen? Dafür einlässt du sonst mal ein zu einem Gummibärchen im Kiel? Ja, kein Problem, du schneiden dir die Haare gratis und du schaffst bei der Bank, oder? Könntest du mir vielleicht so 100'000 bis 200'000 Franken überweisen? Merci. So, und? Gefällt es dir? Mein Leben ist ruiniert. Ich weiss nicht, ob ich überhaupt jemals wieder auf die Strasse kam. Ich muss jetzt einfach vier Monate lang eine Kappe tragen, um mich zu Hause einsperren. Aber ja, merci vielmals. Guten Beruf hast du gemacht, muss ich sagen. Danke. 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 Vielen Dank.